Die gute Tochter von Karen Slaughter. Es liest Nina Petry. Was du mein Ringen um Unterwerfung nennst, ist kein Ringen um Unterwerfung, sondern ein Ringen um Annahme, und zwar um leidenschaftliche Annahme. Ich meine womöglich sogar mit Freude. Stell dir vor, wie ich zähnefletschend auf die Pirsch nach der Freude gehe, und dazu in voller Rüstung, denn es ist ein höchst gefährliches Unterfangen. Flannery O'Connor Donnerstag, 16. März 1989 Was mit Samantha geschah Samantha Quinn spürte ein Brennen wie von tausend Hornissen in den Beinen, als sie auf der langen, einsamen Zufahrt in Richtung Farmhaus rannte. Ihre Turnschuhe trommelten im Rhythmus des rasenden Herzschlags über die kahle Erde. Der Schweiß hatte ihren Pferdeschwanz in ein dickes Tau verwandelt, das bei jedem Schritt an ihre Schultern klatschte. Die zarten Knochen in ihren Fußgelenken schienen jeden Moment bersten zu wollen. Sie lief noch schneller, sog die trockene Luft ein, spurtete, dass es schmerzte. Ein Stück weiter vorn stand Charlotte im Schatten ihrer Mutter. Sie alle standen im Schatten ihrer Mutter. Gemma Quinn war eine hochgewachsene Frau mit wachen blauen Augen, kurzem dunklen Haar und einer Haut so hell wie ein Briefumschlag. Zudem war sie mit einer scharfen Zunge ausgestattet, die winzige, schmerzhafte Verletzungen gern an Stellen zufügte, wo man sie am wenigsten gebrauchen konnte. Schon aus der Ferne sah Samantha, wie Gemma beim Blick auf die Stoppuhr in ihrer Hand die Lippen missbilligend zu einem schmalen Strich verzog. Das Ticken des Sekundenzeigers hallte in Samanthas Kopf wieder. Sie zwang sich noch schneller zu rennen. Die Sehnen in ihren Beinen waren zum Reißen gespannt. Die Hornissen schwärmten in ihre Lungen. Der Plastikstab in ihrer Hand fühlte sich glitschig an. Noch 20 Meter, 15, 10. Charlotte nahm ihre Position ein. Sie drehte Samantha den Rücken zu, blickte geradeaus und lief los. Den rechten Arm streckte sie blind nach hinten aus und wartete darauf, dass ihr der Staffelstab in die Handfläche geklatscht wurde, damit sie das nächste Teilstück laufen konnte. Das war die blinde Übergabe. Sie erforderte Vertrauen und Koordination und wie bei allen Versuchen in der letzten Stunde waren sie beide der Herausforderung nicht gewachsen. Charlotte zögerte und warf einen Blick über die Schulter. Samantha machte einen Satz nach vorn. Der Plastikstab knallte oberhalb von Charlottes Handgelenk auf ihren Unterarm, genau auf die roten Striemen, die von den letzten 20 Versuchen herrührten. Charlotte schrie auf, Samantha stolperte, der Stab fiel zu Boden. Gemma stieß einen lauten Fluch aus. »So, mir reicht es!« Gemma steckte die Stoppuhr in die Brusttasche ihres Overalls. Sie stapfte zum Haus, die Sohlen ihrer nackten Füße waren gerötet vom kahlen Boden des Hofs. Charlotte rieb sich das Handgelenk. »Arschloch! Blöde Kuh!« Samantha versuchte, ihre bebenden Lungen mit Luft zu füllen. »Du sollst doch nicht nach hinten schauen!« »Und du sollst mir nicht den Armwund prügeln!« »Es heißt Blindeübergabe, nicht Hosenscheißerübergabe!« Die Küchentür fiel krachend ins Schloss. Die beiden sahen zu dem hundert Jahre alten Farmhaus hinauf, das ein unförmig wucherndes, tristes Denkmal für die Zeit vor zugelassenen Architekten und Baugenehmigungen war. Das Licht der untergehenden Sonne trug nichts dazu bei, den seltsamen Eindruck abzumildern. Über die Jahre war nicht viel mehr weiße Farbe aufgetragen worden als unbedingt nötig. Schlaffe Spitzenvorhänge hingen in den verschmierten Fenstern. Über ein Jahrhundert von Sonnenaufgängen über dem nördlichen Georgia hatte die Eingangstür zu einem Fallen treibholzgrau gebleicht. Das Dach hing durch. Quasi ein Symbol für die Last, die das Haus nun nach dem Einzug der Quints zu tragen hatte. Zwei Jahre und eine lebenslange Zwietracht trennten Samantha von ihrer 13-jährigen kleinen Schwester. Aber sie wusste, dass sie zumindest in diesem Moment beide das Gleiche dachten. Ich will nach Hause. Zu Hause war eine mit roten Ziegeln verkleidete Ranch, die an der Stadt gelegen war. Zu Hause, das waren ihre Kinderzimmer, die sie mit Postern, Aufklebern und, in Charlottes Fall, mit grünem Magic Marker verziert hatten. Ihr Zuhause hatte eine gepflegte Rasenfläche als Vorgarten. Kein kahles, von Hühnern aufgescharrtes Fleckchen Erde mit einer fast 70 Meter langen Zufahrt, damit man sah, wer sich dem Haus nähert. Niemand von ihnen hatte gesehen, wer sich dem roten Ziegelhaus genähert hatte. Erst acht Tage waren vergangen, seit ihr Leben zerstört worden war, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. An jenem Abend waren Gemma, Samantha und Charlotte zu einem Leichtathletikwettkampf in die Schule gegangen. Ihr Vater war auf der Arbeit gewesen, denn Rusty war immer auf der Arbeit. Später erinnerte sich ein Nachbar an einen fremden schwarzen Wagen, der langsam die Straße hinauf fuhr. Aber niemand hatte den Molotow-Cocktail durch das Erkerfenster des roten Ziegelhauses fliegen gesehen. Niemand hatte beobachtet, wie der Rauch unter der Traufe hervorquoll und die Flammen am Dach züngelten. Als endlich jemand Alarm schlug, war das rote Ziegelhaus nur mehr eine schwelende, schwarze Ruine. Kleidung, Poster, Tagebücher, Stofftiere, Hausaufgaben, Bücher, zwei Goldfische, ausgefallene Milchzähne, Geburtstagsgeld, geklaute Lippenstifte, heimlich gebunkerte Zigaretten, Hochzeitsfotos, Babyfotos, die Lederjacke eines Jungen, ein Liebesbrief desselben Jungen, Mixtapes, CDs und ein Computer und ein Fernseher und ein Zuhause. »Charlie!« Gemma stand vor der Küchentür, die Hände in die Hüften gestemmt. »Komm und deck den Tisch!« Charlotte drehte sich zu ihrer Schwester um und sagte, »letztes Wort, bevor sie in Richtung Haus trabte.« »So ein Quatsch!«, mummelte Samantha. »Man behielt nicht das letzte Wort, indem man einfach »letztes Wort« sagte. Dann folgte sie ihrer Schwester langsamer und auf gummiweichen Beinen, denn sie war schließlich nicht der Trottel, der es nicht schaffte, die Hand nach hinten zu strecken und zu warten, bis einem der Stab hineingeklatscht wurde. Sie verstand nicht, warum Charlotte diese simple Übergabe einfach nicht lernte. Samantha ließ ihre Schuhe und Socken neben denen von Charlotte auf dem Absatz vor der Küchentür zurück. Die Luft im Haus war klamm und schien zu stehen. »Ungeliebt« war das erste Adjektiv, das Samantha in den Sinn kam, als sie durch die Tür ging. Der frühere Bewohner, ein 96-jähriger Junggeselle, war letztes Jahr in dem Schlafzimmer im Erdgeschoss gestorben. Ein Freund ihres Vaters ließ sie vorübergehend in dem Farmhaus wohnen, bis mit der Versicherung alles geklärt war. Falls alles geklärt wurde. Offenbar gab es Meinungsverschiedenheiten darüber, inwieweit das Verhalten ihres Vaters die Brandstiftung provoziert hatte. Im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung war das Urteil bereits gefällt worden und wahrscheinlich hatte der Besitzer des Motels, in dem sie die letzte Woche verbracht hatten, sie aus diesem Grund aufgefordert, sich eine neue Bleibe zu suchen. Samantha knallte die Küchentür zu, denn nur so konnte man sicher sein, dass sie auch wirklich geschlossen war. Ein Topf mit Wasser stand auf dem olivgrünen Herd. Eine Packung Spaghetti lag ungeöffnet auf der braunen Laminatarbeitsfläche. Charlotte streckte die Zunge heraus, während sie Pappteller auf den Tisch segeln ließ. Samantha nahm eine Plastikgabel und schnippte sie ihrer Schwester ins Gesicht. Charlotte stieß einen überraschten Laut aus, aber nicht aus Empörung. Die Gabel hatte sich elegant in der Luft überschlagen und war genau zwischen ihren Lippen gelandet. Wahnsinn, das war ja abgefahren! Dutzende von nur teilweise ausgepackten Kartons waren über das Haus verteilt. Sie bildeten ein Labyrinth in allen Zimmern und Fluren und waren gefüllt mit Sachen aus dem Second-Hand-Laden, die Gemma für einen Apfel und ein Ei gekauft hatte. Überlegt mal, wie viel Geld wir sparen, hatte sie verkündet und ein ausgewaschenes lila T-Shirt in die Höhe gehalten, dessen Aufdruck die Church Lady aus Saturday Night Live zitierte. Na, wenn das nichts Besonderes ist! Jedenfalls glaubte Samantha, dass das auf dem Shirt stand. Sie hatte sich mit Charlotte in der Ecke versteckt und wäre fast gestorben vor Scham, weil sie die Sachen anderer Leute tragen sollte. Die Socken anderer Leute! Sogar die Unterwäsche anderer Leute, ehe ihr Vater zum Glück ein Machtwort gesprochen hatte. »Herrgott nochmal!« hatte Rusty Gemma angeschrien. »Warum nähst du uns nicht gleich in Sackleinen ein und fertig?« Worauf Gemma vor Wut schäumend zurückgeschrien hatte. »Jetzt soll ich also auch noch nähen lernen?« Ihre Eltern stritten jetzt über neue Dinge, weil es keine alten Dinge mehr gab, über die sie streiten konnten. Seine Pfeifensammlung, seine Hüte, seine staubigen Jura-Bücher, die überall aufgeschlagen herumlagen. Gemmas Zeitschriften und wissenschaftliche Aufsätze, die sie mit roten Unterstreichungen, Kreisen und Anmerkungen versehen hatte. Ihre Katz-Turnschuhe, aus denen sie immer vor der Haustür geschlüpft war, ohne sie wegzuräumen. Charlottes Drachen, Samanthas Haarspangen, die Bratpfanne von Rustys Mutter gab es nicht mehr. Sie waren vor zwei Tagen in das Farmhaus gezogen, aber sie hatten noch kaum eine Kiste ausgepackt. Die Matratzen im Obergeschoss lagen auf dem blanken Boden. Auf umgedrehten Getränkekisten standen gesprungene Lampen, in deren Licht sie lesen konnten. Und die Bücher, die sie lasen, waren keine geliebten Schätze, sondern Leihbücher aus der öffentlichen Bibliothek von Pikeville. Jeden Abend wuschen Samantha und Charlotte mit der Hand ihre kurzen Laufhosen, die Sport-BHs und Socken und die Lady Rebels-Lauftrikots, denn diese gehörten zu den wenigen kostbaren Besitztümern, die nicht den Flammen zum Opfer gefallen waren. »Sam«, Gemma zeigte auf die Klimaanlage im Fenster. »Mach dieses Ding an, damit ein bisschen frische Luft hier reinkommt.« Samantha untersuchte den großen Metallkasten, bis sie den Knopf zum Einschalten fand. »Wann sollen wir Daddy von der Arbeit abholen?«, fragte sie Gemma. »Jemand vom Gericht fährt ihn nach Hause.« Gemma warf einen Blick zu Charlotte, die fröhlich vor sich hin pfeifend einen Pappteller zu einem Flugzeug zu falten versuchte. »Er hat da diesen Fall.« »Diesen Fall.« Die Worte wirbelten in Samanthas Kopf umher. Ihr Vater hatte immer einen Fall, und da waren immer Leute, die ihn dafür hassten. Es gab nicht einen verkommenen, mutmaßlichen Kriminellen in Pikeville, Georgia, den Rusty Quinn nicht vertrat. Drogendealer, Vergewaltiger, Mörder, Einbrecher, Autodiebe, Pädophile, Kidnapper, Bankräuber. Ihre Fallakten lasen sich wie schlechte Krimis, die auf die immer gleiche üble Weise endeten. In der Stadt nannte man Rusty den Anwalt der Verdammten. So wie man auch Clarence Darrow genannt hatte. Soweit Samantha wusste, hatte allerdings nie jemand eine Brandbombe in Clarence Darrow's Haus geworfen, weil er einen Mörder aus der Todeszelle befreit hatte. Denn darum war es bei dem Brand gegangen. Ezekiel Whittaker, ein Schwarzer, den man fälschlich für den Mord an einer weißen Frau verurteilt hatte, war am selben Tag aus dem Gefängnis entlassen worden, an dem auch eine mit brennendem Kerosin gefüllte Flasche durch das Erkerfenster der Quinns flog. Für den Fall, dass die Botschaft noch nicht klar gewesen war, hatte der Brandstifter noch das Wort »Niggerfreund« auf den Boden der Einfahrt gesprüht. Und jetzt verteidigte Rusty einen Mann, der beschuldigt wurde, ein 19-jähriges Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben. Ein weißer Mann und ein weißes Mädchen. Dennoch erregte der Fall die Gemüter, weil der Mann aus einer Unterschichtfamilie kam und das Mädchen aus gutem Hause stammte. Rusty und Gemma sprachen nie offen über den Fall, aber die Einzelheiten des Verbrechens waren so schauerlich, dass der Klatsch, der in der Stadt herumging, unter der Haustür durchgekrochen kam, über die Lüftungsschlitze einsickerte und nachts in den Ohren der Familie dröhnte, wenn sie zu schlafen versuchten. Penetration mit einem unbekannten Gegenstand, widerrechtliches Gefangenhalten, Verbrechen wider die Natur. Es gab Fotos in Rustys Akten, nach denen selbst die neugierige Charlotte lieber nicht stöberte, denn einige von ihnen zeigten, wie das Mädchen in der Scheune neben dem Haus der Familie hing, weil das, was der Mann ihr angetan hatte, so schrecklich war, dass sie damit nicht weiterleben konnte. Samantha ging mit dem Bruder des toten Mädchens zur Schule. Er war zwei Jahre älter als Sam. Aber wie alle anderen wusste er, wer ihr Vater war und der Gang über den von Spinden gesäumten Schulkorridor war, als müsste sie durch das rote Ziegelhaus laufen, während die Flammen ihr die Haut versenkten. Das Feuer hatte ihr nicht nur das Schlafzimmer, die Kleidung und die geklauten Lippenstifte geraubt. Samantha hatte außerdem den Jungen verloren, dem die Lederjacke gehört hatte, und die Freundinnen, die sie früher zu Partys eingeladen hatten, mit denen sie ins Kino gegangen war und bei denen sie übernachtet hatte. Selbst ihrem angebeteten Leichtathletiktrainer, der Samantha seit der sechsten Klasse betreut hatte, fehlte angeblich die Zeit, mit ihr zu arbeiten. Gemma hatte dem Direktor mitgeteilt, sie würde die Mädchen vorläufig zu Hause behalten, damit sie beim Auspacken helfen konnten. Aber Samantha kannte den wahren Grund, denn Charlotte war seit dem Brand jeden Tag weinend von der Schule nach Hause gekommen. Harriet Quinn wurde nicht Gemma genannt, weil ein frühreifes Kind das Wort Mama nicht richtig aussprechen konnte, sondern weil sie zwei Doktortitel hatte, einen in Physik und einen in einem Fach, das nicht weniger Grips erforderte. Samantha konnte es sich nie merken, aber hätte sie raten müssen, hätte sie darauf getippt, dass es mit Gammastrahlen zu tun hat, und die sich nicht mehr so weit fangen. dass es mit Gammastrahlen wurde, die mitteldein an noch in der Schrauben nicht mehr so weit.» dass die Spare hier in der Schrauben nicht mehr so weit nach Hause um das ganze Zeit. Und dann aus dem Deini an der Schrauben nicht mehr so weit bis zum Vielfalt verbring, auch noch nicht mehr... Vielen Dank.